Hallo, willkommen meine fellow Pokémon-Fans, schön, dass ihr wieder da seid, wir sind wieder am Start mit unserem Team, Chilabel, Vulnona, Kaokto, Siberio, Glaciola und Vulaosu und wir haben einen sehr interessanten Gegner heute, einen Chinesen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er einige Ultra-Bestien dabei, unter anderem Karguron und, oh Gott, wie hieß es, Stein, Giftmon, ich weiß es nicht mehr, irgendwas mit A, ein Alola-Knogger, ein Vulaosu, einen Screener und den Pflanzenaffen, das ist sehr interessant, Freunde, wir entscheiden uns dann wahrscheinlich mal für den Lied, den wir immer nehmen, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, man, wir brauchen auf jeden Fall ein Pokémon, okay, nee, doch, Siberio, ey, goddammit, ich brauche Vulaosu für sein Knogger, Das kann halt nicht sein, dass ich immer die gleichen Pokémon mitnehme, aber Glaciola und, äh, Dingens, Kaokto liefern so gefühlt gar keinen Value, Alter, vielleicht bin ich auch zu stupid, vielleicht erkenne ich den Value nicht Oh, die Mucke ist so geil Okay Ja, Liede mit Karguron und Olanga Alter, Karguron ist eigentlich so ein hässliches Mon, ne, schaut euch mal seinen dünnen Hals an, ey So, ähm Ja, Wulnona wird sowas von safe gegen Karguron sterben Wir könnten Eises kelten, wir könnten das Karguron Eises kelten, aber dann haben wir keinen Schleier Aber dann haben wir halt keinen Schleier So, machen wir einfach mal, komm, scheiß drauf Scooby-Dubi-Dubi-Dubi-Dub Blub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub Die Frage ist, was wird er tun? Er wird auf jeden Fall den Gyro-Ball oder so drücken, ich weiß gar nicht mehr, was Karguron genau macht Den Stahl-Move, der uns vierfach wegzünden wird Vielleicht überleben wir wegen den Screens Die vierfache Attacke Who knows, und dann könnten wir noch einen Versuch starten Das Ding zu Eises kelten Oder nicht Oder nicht Warte mal, Karguron hat mit Stahlflug Steps Sehr gute Dynamax-Moves Init und Verteidigung wird erhöht Und das ist ziemlich böse Und er wird Lichtschilden Nein, er geht für den Mogel-Heap Oh wow Oh wow, okay, nevermind, Bro Er wird mich fisten Also gerade fiste ich ihn, aber ihr wisst, was ich meine In der nächsten Runde machen wir halb so viel Damage Und dann, äh, uff, Bruder Ja, da wird die Stahl-Attacke jetzt kommen Yep, und das war's mit Vulnona Warum hab ich nicht am Mogel-Heap gedacht? Ich wusste nicht mal, dass Roland gar Mogel-Heap hat Aus irgendeinem Grund Aber, na, natürlich Bester Move So, da kommt der Bestie im Boost Spezialangriff steigt Okay Hat nen Death-Boost Hat nen Spätz-Attack-Boost Ja, das werden wir safe verlieren Das Match werden wir sowas von safe verlieren Ähm, ich geh für den Finst Er kann halt den, den, den Wir haben keinen Schleier draußen Das heißt, wir können nicht aufsetzen, Alter Der hat dieses Relie-Problem Na Ich wollt doch auf Carguron Ich wollt doch auf Carguron Es spielt eh keine Rolle Wir verlieren sowieso Schwer-Schweif Oh What? Das bedeutet, wir sind Immer noch Erster Oha Ja, ich wollt Carguron chippen Und dann mit Wulaosu Auf Plus Eins reinkritten Aber Damn, Digga Dead Damage So, da kommt die Düse Auf Wulaosu Müssen wir gar nicht drüber reden Das killt Nachdem wir den Dingens nicht aufsetzen konnten Hm Wir hätten Was hätten wir anders spielen können? Wir hätten maybe Chiller-Bell-Sacken können Für Wulnona Aber Um ehrlich zu sein So nen Riesenunterschied Hat's dann auch nicht gemacht, ne Das Ding ist einfach gemeingefährlich So, aber er hat Wir sind noch Plus Zwei Theoretisch Theoretisch gesehen, okay Können wir jetzt einen Double-Kill absnacken Wenn er uns nicht outspeedet Und wenn er jetzt nicht für den Reflektor geht Reflektor würde halt jetzt alles zerficken, ne Reflektor würde jetzt alles zerficken Und sein Carguron Ich weiß nicht, wie schnell Carguron ist, Mann Rugträne Oh, okay Spezialverteidigung sinkt Alright Überleben wir das? Nein Boah, Digga Ne, warte mal Warum sollten wir das überleben? Er ist auf Plus Zwei Und ich bin jetzt der Letzte, der angreift Wegen dem Schwerschweif, ne Alter, okay Interesting Warum hat der Schwerschweif Aber in der letzten Runde Nicht schon funktioniert Das verstehe ich nicht ganz In der letzten Runde waren wir trotzdem Erster Der angegriffen hat Das ist weird Weil mit den neuen Mechanics Müsste man doch Direkt, wenn man einen Boost Oder ein Warte mal Es war kein Boost Es war ein Item Kann es sein, dass Wenn man Schwächerschutz triggert Und die Fähigkeit Dampfgedöns und so Dass es den Init direkt boostet Und man ab dem Zeitpunkt, wo man einen Boost hat Schneller ist Aber dass es nur für Fähigkeiten und Stat Boosts gilt Und nicht für Items Dass wenn man quasi den Schwerschweif kriegt Und als letztes angreifen würde Das für diese Runde aber noch nicht zählt Sondern erst für die nächste Kann es sein, dass die Mechanics so funktioniert Dass Items Nicht Priorisiert werden Aber Boosts Weil früher war es so Wer am meisten Init hatte Am Anfang einer Runde Der ist halt Einfach als erstes gegangen Jetzt ist es mittlerweile ein bisschen anders Das wäre mal spannend Schreibt es in die Kommentare Und schreibt mir auch noch eure Teams in die Kommentare Denn beim nächsten Mal Werde ich wieder ein anderes Team verwenden Und dann gucken wir mal Was wir da rausbekommen Ne Ähm Ey das Team gefällt mir Aber ich hab das Gefühl Es hat viele Schwächen Es hat viele Stärken Aber es hat auch viele Schwächen Ähm So Auf jeden Fall gehen wir jetzt ins zweite Match Und zwar gegen Ant Und Ant hat ein paar sehr interessante Pokémon am Start Und auch hier ist Glaciola absolut useless Weil die alle physisch angreifen Außer Porygon Z Und maybe Goldbar Äh X-Bart Wenn es ein Spezielles ist Was aber eher so ein Ne Aber ein sehr interessantes Team Ich hab noch nie in Scaraborn gesehen Glaube ich In den Wifi Battles Ohne die Mega vor allem Ne Ja gut Ich mein Wenn er halt wieder mit Pest Dragon leadet Dann uns bietet er uns auch wohl Nona Aber wir brauchen wohl Nona und Siberio Es gibt nicht wirklich viele andere Möglichkeiten zu leaden Ne Weil einfach die Die Hagel-Kombo so gut ist Beziehungsweise die Hagel-Kombo ist das Was das Team stark macht Das Team ist wirklich sehr RNG-mäßig Ne Wenn man ein Team bekommt Was man killen kann Dann easy Und wenn nicht Dann GG Ne Genauso wie Äh Trifft man Die Eis ist kälte oder nicht Das ist alles sehr RNG-lastig Ähm Okay Dann killen wir mal das Crowbat Er wechselt nicht raus Das heißt es ist auf jeden Fall ein totes Crowbat Sogar wenn es Dynamaxed Bin ich mir nicht sicher Ob er es überlebt Ähm Worst Case Crowbat outspeedet Unser Wollnona Geht auf den Kreuz Äh Geht auf den X Auf den fucking Toxic Move Und krittet Und killt uns Und äh Hat ein Sash oder so Nope Okay Nevermind Let's go Dann hätten wir nämlich Den Schleiner nicht rausgebracht Und Beware Könnte unser Siverio Einfach Ziemlich Easy weg hitten Aber er ist nicht mal Gedeinamaxed Ne Er ist nicht mal Gedeinamaxed Ja Der Dynamax Kampfmove Ist halt echt Der Dynamax Kampfmove Ist gleichzusetzen Mit dem Steigerungshieb Der Hit an sich Ist nicht stark Ne Steigerungshieb hat 40 Step Also 40 40 Stärke Außer du hast Step Dann hast du 60 Der Dynamaxmove Hat 80 Uuuu Fancy Digga Der Dynamaxmove Hat 80 Ne Während andere 120 130 140 Haben So Dynamax ist ein Herocross Das will ich sehen Das will ich sehen Aber hier gewinnen wir Es ist halt wirklich Man kann am Anfang Des Matches Bereits sagen Ob man gewonnen hat Oder nicht Alter hat der ein Koronospa T-Shirt Digga Ja Sein Shiny Scaraborn Let's go Der stolze Der stolze Hübsche Sei ihm gegönnt Das große Horn So Wir kriegen Ein Artica Boost Boost Kann man den Schleier Kann man den Schleier raus Kann man Schnell was killen Oder nicht Wenn man gewalt wird Hat man sehr große Probleme Mit diesem Team Irgendwie zurückzukommen Wobei Chillabelle da echt Einen guten Job macht Chillabelle macht da Wirklich Einen guten Job Alter Scaraborn So ein cooles Mon Schon so lange Nicht mehr gesehen So Brudinski Du hast glaube ich Gar nicht mehr So viele Mon Oder Du hast doch Nur noch eins Was wartest du Denn noch Schick das Teil In den Kampf Jetzt rein Rangklotz Porygon Okay Porygon Ähm Ja So Porygon Ist sehr gefährlich Kiff in Eissturm Einfach damit Wir safe Mit allem Outspeeden Danach Baller ich Das Porygon Weg Beziehungsweise Mach ihm Gut Damage Das Heracross Werden wir Jetzt Ich meine Ich hätte Heracross Finischen können Aber Porygon Ist ehrlich gesagt Ein großer Threat Ne Hat das Ding Normaljuwel Hyper Beam Oder irgendwie Triplette Oder so Das zündet Halt schon Weg Und gegen Heracross Wobei Heracross Kann auch Käfer Attacken Aber Aber er Outspeedet Uns Nicht Well Nevermind Bro Nevermind Porygon Ist einfach Tot Und auch Der zweite Disconnected Heute Geil Digga Ähm Hatten wir Ne gerade Neen Disconnect Was ist mit den Disconnects Wir spielen Ranked By the way Ne Diese Disconnects Die zählen Alle Just saying Man Ja das wird Resistiert Da hat er Ein bisschen Da hat er ein bisschen Misplayed Ne Da hat er ein bisschen Misplayed Der Junge Was mit den Disconnects Alter Schade Aber ey Respekt Für Heracross Mann Heracross Find ich Richtig Richtig Knoke So Freunde Wir machen Jetzt noch Ein Match Aber nur Wenn ihr Einen Verdammten Daumen Da lässt Experten Gurt Hexer Plager Oha Er hat Tatsächlich Den Hyper Beam Gehabt Mit Anpassung Und Dem Metronom Ah ja Okay Ja gut Freunde Dann würde ich Sagen Lasst einen Daumen Da Daumen Hoch Für das Video Wenn wir Noch eins Gewinnen Kommen wir Hoffentlich In die Pokéball Klasse 5 Let's Go Finally Eine positive KD Und Schreibt mir Eure Teams In die Kommentare Freunde Wenn ihr ein Team Habt Dann einfach Ab in die Kommentare Damit Und By the way Auf Gameboy Machen wir Gerade Genau Dasselbe Wir ranken Und Laddern Einfach Nur In Yu-Gi-Oh Also Falls ihr euch Für Yu-Gi-Oh Interessiert Ab Auf Den Zweitkanal So Wir Haben Oh Mein Gott Es tut mir Leid Siberio Wohl Nona Sind Prädestiniert Wir kriegen Gart Jump Weg Damit Die ganzen Stein Mons Können wir Steinkanten Es ist einfach Nur Wunderbar Wunderschön Was wir Hier Machen Können Chillabelle Aus Bietet Glurak Im Falle Eines Falles Kann Wohl Nona Gut Treffen Kann sogar Gart Jump Gut Treffen Alter Chillabelle Ist tatsächlich Besser Besser Als ich Dachte So Kaokto Ich will Klaziola und Kaokto Mitnehmen Aber Irgendwie Machen Die Ehrlich Gesagt Wolaosu Ist immer Besser Also Ganz Ehrlich Wohl Nona Siberio Und Chillabelle Fühle Ich Die Anderen Drei Mons Im Team Fühle Ich Nicht Da Könnte Man Andere Mons Mit Nehmen Da Könnte Man Andere Mons Mit Nehmen Die Eben Genau Solche Teams Countern Oder Oder Zumindest Ein bisschen Stand Halten Können Die Uns Halt Komplett Vernichten So Die Star Legende Glurak Kommt Gleich In den Kampf Oh Und Das Ist Sehr Interessant Weil Der Hagel Geht Jetzt Unter Wegen der Sonne Das Hätte Warum hab ich das Warum hab ich Kurtl so krass ausgeblendet Kurtl hab ich gar nicht gesehen Lol Das ist Tatsächlich sehr sehr schlecht für uns Ähm Er wird sehr wahrscheinlich für den Dynamax gehen Well wir double switchen Wir brauchen den Hagel sonst machen wir gar nichts Er wird wahrscheinlich für die Eruption gehen und Glurak einfach deinem Hexen Digga warum hab ich das Kurtl in der Team Preview nicht gesehen What the fuck Das ist ja ultra ätzend So Freunde Willkommen in VGC 2021 wo Glurak mit einer Hitze Wille einfach Double Chaos scoret Digga Let's go So ähm ja mal gucken was jetzt passiert Digga da hat sogar die Musik aufgehört Digga das Glurak hat uns gerade so krass aus dem Leben geschallert dass die Musik aufgehört hat so da kommt der Hagel so nein nicht auf Glurak oder doch auf Glurak wir müssen steinkante muss der zelt treffen er wird talk hole raus switchen nicht wow und wer verfehlt Glurak wieder das gibt's doch nicht man ich hasse mein Leben das wäre das Comeback gewesen jetzt einfach und er verfehlt aber Siberio okay well die verfehlen sich gerade beide ja und die night flammen hätten ohne die hitzewelle nicht gereicht ne auch so hat's nicht gereicht well my G dann fuck you man wenn du so krass dringend willst dass ich verliere alter dann verlieren wir eben er wird jetzt Glurak wechseln genauso das talk hole und deswegen gehe ich für den eisturm er wird nicht wechseln okay interesting ja again guys wir haben sowieso verloren at this point machen wir mit Siberio allein nichts mehr ich musste jetzt super risky irgendeinen dummen play machen klar ich hätte jetzt den Stein move raushauen können Lura killen ähm und whatever aber wir müssen hier einfach full risk gehen full risk wie David sagen würde so er hätte jetzt halt raus wechseln müssen in der nächsten runde rein wechseln oder so dann hätte ich was machen können mit dem Sandsturm und so aber er hat noch nicht mal gedeine max also er hat uns einfach nur mit dem normalen Glurak zerstört das ist genau das was ich meine entweder du verlierst krass mit diesem team oder nicht die verfehlt schon wieder das Siberio okay please gamefreak macht mal einen hex freien die Musik ist wieder weg warum ist die Musik weg warum ist die Musik weg wenn wohl Nona weg ist ja weil das game over ist ne wenn Nona weg ist hallo Musik what the fuck ja Nightflam GG Nightflam sind ein sehr guter Move hierfür generell Nightflam sind sehr gut cool cool dass sie neue Attacken im Spiel hinzugefügt haben ja es ist episch oh mein Gott äh das wird wahrscheinlich nicht reichen oh a Dino okay okay äh toll die Musik ne findet ihr die auch so gut gerade was ist hier los Digga was zum Teufel ist hier los ey ich meine es wird resistiert ich bin verbrannt aber ich bin auch auf plus oh und er kriegt die Double er kriegt einfach die okay das ist das beste Battle Freunde das ist das beste Battle was ich jemals hatte in meinem Leben absolut amazing wow oh wo 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 zum Teufel komm triff jetzt die Steinkante Digga triff einfach die Steinkante das Glurak hätte schon längst vom Platz sein sollen was ist das für ein Kampf er verfehlt zweimal die Hitzewelle wir verfehlen die Steinkante er kriegt den Double Protect wir kritten ihn hä jetzt kommt die Musik wieder Digga ich raff's nicht meine Freunde was soll ich euch sagen das war das weirdste Match was ich hier wahrscheinlich seit lange gemacht habe oder so keine Ahnung wir haben verloren verdient verloren ich habe das Quartel einfach nicht gesehen in der Team Preview ich habe straight nicht wahrgenommen ich dachte so oh Glurak cool eingeladenes fressen aber ja guckt euch die Quartels an denn die sind langsamer als eure Wetter Setupper und dann kann es sein dass ihr gleich ein Problem bekommt hätte man einfach lösen können aber um ehrlich zu sein ja da hätten wir richtig krass predikten müssen dennoch Dankeschön fürs dabei sein Freunde wir sehen uns beim nächsten Mal wieder lass noch einen da und checkt den zwei Kanäle aus für Yu-Gi-Oh! Content haut rein bis bald 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 Bis zum nächsten Mal.